Musik Unsere Federgabel, treuer Begleiter bei jedem Bike-Abenteuer. Aber kümmerst du dich genauso um sie, wie sie sich um dich kümmert, wenn du mitten in einem Wurzelteppich stehst? Na, ich hoffe doch und deswegen schauen wir uns in diesem Video an, wie du deine Fox-Federgabel für den großen Service vorbereitest, damit du sie eben einschicken kannst und quasi wie neu zurückbekommst. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von 4Breeskier. Und Leute, heute mal ganz anderes Wort. Ich melde mich von Balkonien, denn wir wollen einfach die letzten Sonnenstrahlen genießen und irgendwie unten im Schatten ist es einfach viel zu kalt. Ich hoffe, das ist okay. Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare, weil dann kann ich auch im Winter hier einige Videos für euch machen, weil, wie gesagt, ich mache meine Videos gerne draußen. Und hier ist einfach wesentlich länger Sonne. Deswegen lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen, ob das okay ist so. Apropos Sonne. Sonnenbrille powered by Naked Optics. Kleine Werbung. Link ist unten in der Beschreibung. Wenn ihr die euch auch holen wollt, dann könnt ihr euch die da einfach bestellen, ganz easy. Aber ich würde sagen, zur Freundlichkeit ziehe ich die Brille ab und viel wichtiger, wir starten direkt rein. Denn wie ihr schon in dem kleinen Intro erfahren habt, heute geht es darum, wie können wir eigentlich unsere Gabel richtig zu Fox einschicken. Was muss man da machen? Wie baut man die aus? Wie verpackt man sie dann richtig? Das schauen wir uns heute alles an. Das gleiche Video wird es auch zum Dämpfer geben. Aber ich glaube, die meisten von euch machen das eher bei der Gabel. Deswegen zeige ich es heute auch einfach bei der Gabel. Wenn ihr aber auch mal grundsätzlich wissen wollt, lohnt sich so ein Gabelservice oder nicht, dann schaut einfach mal dieses Video hier an. Da habe ich das schon mal ziemlich gut aufgeschlüsselt, ziemlich genau eingegangen, was denn da gemacht wird und ob das Sinn macht oder ob das eben keinen Sinn macht. Deswegen, Leute, würde ich sagen, reden wir gar nicht mehr länger rum und starten direkt rein. Im Hintergrund seht ihr, die Gabel ist schon ausgebaut, aber bevor wir das machen, würde ich euch noch gerne sagen, welche Werkzeuge ihr braucht. Das Schöne ist, eine Gabel ausbauen ist wirklich richtig, richtig einfach. Da solltet ihr keine Angst davor haben. Nach dem Video wisst ihr das ganz, ganz easy. Ihr braucht dafür eigentlich nur einen Inbussatz. Das war's. Ihr braucht wirklich nur einen guten Inbussatz. Eventuell, wenn ihr einen Mattgrad habt, um den runterzubauen, braucht ihr noch einen Seitenschneider. Und zum Saubermachen würde ich euch noch ein paar Küchenrollen empfehlen. Leute, ihr wisst es wie immer, auch wenn wir so wenig Werkzeug brauchen. Unten in der Beschreibung findet ihr die Links dazu zu wirklich qualitativ guten, hochwertigen Produkten. Gerade beim Inbussatz ist das wichtig. Da könnt ihr euch die einfach bestellen. Bevor wir jetzt aber wirklich rein starten und schauen, wie man diese Gabel ausbaut, zeige ich euch erstmal, wie ihr auf der Seite von Fox zum Beispiel auswählt, welchen Gabelservice brauche ich, was muss ich da eigentlich auswählen und wie geht es grundsätzlich. Deswegen sehen wir uns jetzt erstmal am PC und dann wieder hier draußen, wo wir dann wirklich anfangen zu werkeln. Let's go! So, jetzt sind wir hier auf der Website. Der Link dazu, den habe ich euch natürlich unten in die Beschreibung reingepackt. Da könnt ihr euch den einfach rausholen. Und wenn wir da drauf gehen, da ploppt jetzt direkt dieses Fenster auf, wo wir zu einem Service buchen wollen. Genau, und dann gehen wir hier einfach drauf, jetzt anmelden. Ich habe mich jetzt hier schon angemeldet, deswegen komme ich hier gleich weiter. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann müsst ihr euch da registrieren. Das ist aber gar kein Problem. Da gebt ihr einfach eure Daten ein, damit die Leute von Fox eben auch einfach wissen, wo sie die Gabel wieder hin zurückschicken sollen. Das macht ihr einfach, sollte jeder hinkriegen und dann geht es hier weiter. Und zwar als allererstes geht es hier auch um Reklamationen, aber wir machen natürlich nur den Service. Und deswegen sollen wir das unten auswählen. Da haben wir diese drei Buttons. Und bei dem unteren Button, da wählen wir natürlich einfach Service aus, denn wir wollen schließlich nur den Service durchführen. Ganz easy. Wenn wir jetzt auf den Knopf drücken, dann folgen wir gleich drei Produkte, Federgabel, Dämpfer oder die Sattelstütze. Wir wählen jetzt hier aber nur die Federgabel aus, weil wir die ja servicen sollen. Im nächsten Schritt wählen wir einen Servicetermin aus. Wichtig ist hierbei, dass unser Produkt drei Arbeitstage vorher bei Ihnen eintreffen soll. Also lasst euch da genügend Headroom nach vorne, damit ihr da Zeit habt. Deswegen wähle ich hier einfach mal irgendeinen Termin im Januar aus. Und schon kommen wir zum nächsten Schritt. Hier müssen wir jetzt halt die Daten unserer Gabel eingeben. Das ist alles perfekt beschrieben. Die Seriennummer steht zum Beispiel hier unten drinnen, wie ihr sehen könnt. Und diese ID steht auf diesem Sticker hier drauf. Das ist wirklich alles idiotensicher beschrieben. Ich habe das jetzt schon mal alles eingegeben. Deswegen geht es hier bei mir recht schnell. Artikelbezeichnung Fox Factory, weil ich eben eine Factory Gabel habe. Bei euch kann es natürlich aber auch zum Beispiel eine Fox Elite Performance sein oder eine Fox Float. Das ist einfach der Name. Dann die 36, die 36 stehen für den Durchmesser. Und dann habe ich noch die Fit4 Kartusche. Deswegen Fit4. Und die Bezeichnung sollte Ihnen reichen. Natürlich über die ID wissen die ja eh ganz genau, um was es sich handelt. Dann das nächste Textfeld. Da können wir eingeben, was das Problem ist. Wir haben aber kein Problem. Deswegen schreiben wir einfach kein Fehler. Lediglich Gabelservice. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt hier zum Beispiel noch euer Fahrergewicht eingeben, damit die eure Gabel auch nochmal auf euch feintunen. Und dann sind wir schon im letzten Schritt angekommen. Da kontrollieren wir natürlich nochmal alle unsere Informationen. Und wichtig, falls irgendwas auftreten sollte, falls ihr wirklich einen Teil tauschen müssen, das mehr Geld kostet, dann klickt hier an, dass sie euch da anrufen sollen. Gebt noch eure Telefonnummer an. Dann rufen die euch an. Wenn da irgendwas wäre, dann könnt ihr das einfach besprechen. Und ja, dann das weitere Vorgehen eben ausmachen. Und so schlägt ihr den Prozess ab. Dann müssen wir natürlich noch die Gabel zu Fox schicken. Das schauen wir uns aber später an. Jetzt bauen wir aber die Gabel aus. Als erstes, wie so oft, nehmen wir natürlich erstmal den Vorderreifen raus. Denn der ist nur unnötiges Gewicht. Und den wollen wir ja nicht mit zu unserem Gabelhersteller schicken, sondern der bleibt natürlich bei uns. Den legen wir auf die Seite. Wichtig, die Achse geben wir aber wieder rein. Denn die schicken wir mit zum Gabelhersteller. Nächster Schritt ist, wir bauen unsere Bremse ab. Dafür brauchen wir in den meisten Fällen einen 5er Inbus. Und die Bremse ist eigentlich immer an zwei Schrauben befestigt. Einmal die hier und einmal die hier unten. Und das eben mit einem 5 mm Inbus. Das heißt, wir gehen hier einfach dran und lösen. Ui, lösen die obere Schraube. Und dann lösen wir auch die untere Schraube. Und wenn wir die einmal locker haben, dann können wir eben die kurze Seite vom Inbus-Schlüssel nehmen und die ein bisschen schneller aufdrehen. Wichtig bei diesen Schrauben sind diese verschiedenen Platten hier dran. Lass die einfach drauf. Die Reihenfolge ist hier richtig wichtig, um irgendwelche Winkel zum Beispiel auszugleichen. Deswegen lassen wir die einfach so drauf, legen die kurz auf die Seite und machen jetzt eben die untere Schraube auch lose, beziehungsweise entfernen die. So, wunderbar. Jetzt sehen wir schon, wir haben hier noch ein zusätzliches Teil. Und zwar dieses Distanzstück hier. Das muss nicht zwingend bei eurem Mountainbike dabei sein. Bei vielen, vielen Mountainbikes ist es aber eben dabei. Gerade wenn man eine 200 mm Bremsscheibe hat. Deswegen, was ich einfach mache, ich nehme diese Schrauben, stecke die hier durch die Löcher. So, und das Wichtige ist, eine Schraube ist oft länger als die andere. Das heißt, das sollte dann so eben auch markiert sein. Und dieses Teil hier, das nehme ich jetzt einfach und lege das auf die Seite. Denn, solange wir die Gabel nicht wieder haben, können wir das nicht montieren. Das Bremskabel, also die Bremsleitung, die ist aber bei fast jedem Mountainbike, also bei fast jeder guten Gabel, noch immer hier zusätzlich befestigt. Und da wir die ganze Bremse sozusagen wegnehmen wollen, oder müssen, muss diese Klemme hier auch aufgemacht werden. Meistens ist es ein 2,5er Inbus. Also wir machen das jetzt hier einfach auf. Und zwar so weit, dass wir dieses Kabel dann entfernen können. Also dass wir die Bremsleitung sozusagen rausziehen können. So, wunderbar. Bremsleitung kann raus. Und jetzt aber einfach, wenn man das hier nicht verlieren soll, schraubt die Schraube wieder rein, weil dieses Teil, es gehört zur Gabel dazu. Und wir schrauben das wieder rein, damit es auch wieder fest ist und beim Transport irgendwie nicht verloren geht, logischerweise. Jetzt sehen wir, die Bremse ist komplett frei und hängt wirklich nur noch oben am Bremshebel sozusagen. Und das bedeutet, dass wir als nächstes machen können, ist eigentlich schon die komplette Gabel rausnehmen. Dazu müssen wir aber oben zum Vorbau. So, am Vorbau, da gibt es einige Schrauben. Wir haben einmal diese vier Schrauben hier vorne, die sozusagen den Lenker festklemmen. die können uns aber ziemlich egal sein, die brauchen wir jetzt überhaupt nicht. Dann haben wir diese Schraube hier oben, die die Gabel sozusagen festklemmt. Die brauchen wir später, die rühren wir jetzt aber noch nicht an. Wichtig für uns sind jetzt diese zwei Schrauben hier, die sozusagen den Vorbau an der Gabel festklemmen. Ich habe jetzt zusätzlich hier unten noch eine dritte Schraube, die ist einfach dafür da, dass mein Lenker über den gewissen Winkel hier einen Anschlag hat. Die muss bei euch nicht sein, gibt es aber oft, dass die eben da auch trotzdem dazu ist. Das heißt aber für euch, diese zwei Schrauben auf jeden Fall lösen und wenn ihr diese Zuschatzschraube habt, dann auch. Und das geht meistens mit einem Vierer oder Fünfer-Inbus. So sind die meisten Vorbauten befestigt. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel ein Vierer. Das heißt, wie vorher löse ich die Schrauben mal an und dann drehe ich die einfach ein bisschen raus. Wichtig ist hier, ihr müsst die nicht komplett aufdrehen, sondern die müssen einfach nur locker sein, weil wir sozusagen ja nur die Klemmung hier vom Vorbau an der Gabel wegnehmen sollen. Jetzt lösen wir hier die Schraube nach unten, da glaube ich brauche ich einen Dreier-Inbus. Jawohl, Dreier-Inbus ist es. Und die lockere ich auch einfach nur an, damit hier keine Klemmung mehr herrscht. Die Gabel kann euch jetzt noch nicht rausfallen und zwar einfach aus dem Grund, da diese Schraube hier oben, die hält das alles zusammen. Die verbindet sozusagen hier den oberen Teil mit der Gabel unten drinnen. Das heißt, wenn wir jetzt die Schraube lösen, dann sind wir auch schon so weit, dann können wir die Gabel komplett nach unten rausziehen. Und auch hier oben meistens ein Vierer oder ein Fünfer-Inbus. Bei mir ist es jetzt, glaube ich, ein Fünfer-Inbus, den ich hierfür brauche. So, und was ich jetzt mache, ich löse hier oben die Schraube und gleichzeitig halte ich hier meine Gabel fest, denn ich will natürlich nicht, dass die jetzt nach unten rausfällt. Oft ist es aber so, dass die so fest gesessen ist, dass die sowieso eigentlich nicht nach unten rausfällt. Also die klebt hier mit dem ganzen Dreck, der da reinkommt, so fest drin, dass die meistens hier nicht runterfällt. und die Schraube hier, die müssen wir nicht nur locker machen, sondern die müssen wir wirklich komplett rausnehmen. Das heißt, ich nehme jetzt hier die Schraube raus und dann habe ich hier oben einen Spacer drin. Bei mir ist das wirklich alles ein bisschen verdreckt. Es wird Zeit, dass ich das auch wieder sauber mache. By the way, das ist ein perfekter Zeitpunkt, um hier alles sauber zu machen. Da kommt wirklich einiges an Dreck rein. Und die Teile hier, jetzt diese Spacer und alles, was ich da jetzt eben rausbaue, die merken, in welcher Reihenfolge die sind. Ich habe zum Beispiel einen großen Spacer drüber und zwei kleine Spacer hier drunter. Diese Reihenfolge merken und so einfach auf die Seite legen am besten. Und wenn jetzt die Schraube weg ist, dann können wir jetzt hier den Vorbau festhalten und hier unten ein bisschen hin und her drehen, bis wir eben hier zack den ganzen Vorbau gelöst haben. Und den können wir jetzt einfach hier nach vorne wegklappen. Der hängt an all den Leitungen fest. Das passt. Dann habe ich hier die zwei weiteren Spacer. Die kommen weg, lege ich auf die Seite. Und hier diese Anschlagschraube oder diese Anschlagscheibe nenne ich es mal. Die lege ich auch auf die Seite. Und dann ist alles, was ich mache, einfach hier die Gabel nach unten rausziehen. Ihr seht, es geht recht leicht, weil es bei mir doch recht sauber ist. Hier oben sind jetzt noch ein paar Scheiben und so weiter drinnen. Aber wenn ihr euch nicht genau auskennt, lasst die einfach sein. Wenn wir die Gabel wieder einbauen, dann ist alles an der richtigen Position. Und jetzt haben wir hier, wie ihr so schon sehen könnt, unsere Gabel in der Hand. Aber bevor wir die jetzt einpacken, gibt es noch ein paar Dinge, die ich euch damit auf den Weg geben würde, die wir dabei achten sollten, bevor wir die eben einpacken und wegschicken. So, und jetzt haben wir hier unser Wunderwerk. Und ein paar Sachen würde ich euch einfach raten, wenn wir das zu Fox schicken. einmal würde ich sie ein bisschen sauber machen, deshalb später als erstes entfernen wir hier diesen Mudguard, einfach weil es zum Verschicken so wesentlich größer wird, die Höhe hier viel, viel zu groß. Wenn wir den Mudguard wegbauen, können wir eine sehr, sehr dünne Verpackung eben wählen. Deswegen, den bauen wir auf jeden Fall ab. Dazu brauchen wir einfach nur einen Seitenschneider, gehen hier rein und machen eben die Kabelbinder von dem Mudguard auf und der letzte Zack. Den können wir schon mal auf die Seite legen. Die Kabelbinder könnt ihr wegschmeißen, den Mudguard natürlich aufheben, denn den können wir uns wieder behalten beziehungsweise können wir danach einfach wieder dran bauen. Und jetzt würde ich euch einfach empfehlen, die Gabel einmal so ein bisschen zumindest sauber zu machen, ein bisschen abzuwischen. Ihr müsst die jetzt nicht komplett Lupen rein reinigen, aber zum Beispiel hier haben wir wirklich richtig dicken, grausigen Dreck drauf. Und ja, da tun wir den Mitarbeitern von dem Gabelservice eben auch einen kleinen Gefallen, wenn die hier nicht ständig so Zeuge anfassen müssen, sondern wenn die einfach eine schöne, saubere Gabel kriegen. Die zwei wichtigsten Stellen sind einmal hier oben und unten die Achse. Das sind meistens die Stellen, die eben dreckig sind, aber wir gehen einfach grundsätzlich einmal kurz drüber und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon beim Verpacken. Ich nehme hier einfach ein Küchentuch und mache erst mal den groben Dreck weg. Da seht ihr, warum es wirklich nett ist, wenn ihr das hier vorher macht, weil dann müssen die sich damit nicht rumplagen. allein das hier ist einfach kurz der grobe Dreck. Das gleiche machen wir unten bei der Achse beziehungsweise baut die Achse einfach kurz aus und wischt dann hier einmal richtig drüber. und dann Küchentuch ein bisschen Wasser und dann machen wir noch mal das hier oben ein bisschen sauber mit Wasser. Das ist immer von dem Dreck noch ein bisschen besser weg. Wunderbar. Wichtig, mit dem Küchentuch über hier die Beschichtung zu gehen. Streiten sich die Leute drüber. Zerkratzt es die Beschichtung oder zerkratzt es sie nicht. Mikrokratzer wird man wahrscheinlich hinzufügen. Deswegen, ich würde es euch gesagt haben, wenn ihr da ganz penibel seid, dann geht nicht über die Beschichtung. Ich mache das jetzt hier trotzdem einfach mal kurz. Aber ich würde es euch gesagt haben, dass das auch umstritten ist und dass es sein kann, dass man da Mikrokratzer reinmacht. Und jetzt einfach noch hier kurz das Casting einmal abwischen, dass kein Dreck irgendwie drauf ist. Wenn ihr euer Bike vorher gut geputzt habt, dann sollte da eigentlich eh kein grundlegender Dreck drauf sein. Von dem her geht es ganz easy. So, wunderbar. Die Gabel ist sauber und ausgebaut und jetzt können wir uns ums Verpacken kümmern. Dazu sehen wir uns dann aber woanders. Bis gleich. So, und wie verpacken wir das Ganze? Ich habe natürlich schon mal so einen Gabelservice gemacht und da kriegt ihr eure Gabel meistens in so einer wunderbaren Fox Gabelbox sozusagen zurück. Wenn ihr natürlich eure Gabel gekauft habt, dann habt ihr auch die perfekte Box dafür. Wenn das nicht der Fall ist, geht zur Post oder ihr habt bestimmt tausend Sachen auf Amazon oder irgendwo bestellt, hebt euch die Kartons auf und vor allem hebt euch das Verpackungsmaterial innen drinnen auf. Das ist hier wirklich Gold wert. Denn folgendermaßen sieht es hier drinnen aus. Fox liefert das mit so einem Verpackungsmaterial. Das ist einfach Karton. Im Grunde ist es aber völlig egal, was ihr da reinpackt. Hauptsache es ist alles schön gepolstert. Und deswegen könnt ihr eigentlich eure Gabel nehmen und hier einfach reinlegen. Fox hat jetzt zusätzlich beim Gabelservice noch hier diese Plastikhülle mitgeliefert. Also hingeschickt habe ich das damals auch ohne Plastikhülle. Wenn ihr das aber alles habt, hebt euch das einfach auf. Dann könnt ihr das hier wunderbar einpacken. Dann legen wir das hier rein. Schauen, das Karton unten drunter ist. Dass wir hier Karton oben drüber packen. Und hier oben, wo sozusagen das Ende der Gabel ist, dass wir nochmal hier das zusätzlich Material reinhauen. Ist auch wunderbar. Und dann macht ihr den Karton einfach zu. Klebt alles zu. Und dieses Paket, das geben wir zur Post und schicken es zu Fox. Und innerhalb von ein paar Wochen, manchmal dauert es auch ein bisschen länger, sollten wir alles perfekt geserviced zurückbekommen. Und das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es was gebracht. Wenn ja, gebt doch einen Daumen nach oben bei Fragen aller Art. Natürlich immer runter in die Kommentare. Und wie gesagt, wenn ihr sehen wollt, wie wir das mit dem Dämpfer machen, dann lasst mich das auch wissen. Und natürlich, wenn ihr den Dämpfer auch einsendet, dann packt logischerweise alles in ein Paket. Das macht es wesentlich einfacher. Auch für Fox macht es wesentlich einfacher. Deswegen Leute, hoffe ich sehen uns schon bald wieder bei einem neuen Video von 4Freeskiern. Bis dann Leute, ciao und macht es gut.